Urban Agriculture, Nachhaltigkeit im Stadtverkehr, Biodiversität im ländlichen Raum, nachhaltiger Tourismus in Schutzgebieten, Klimawandel und Hochwasserschutz. Was sind Ihre Ideen für eine zukunftsfähige Welt? Bewerben Sie sich jetzt für das Praxisprojekt Global Gerecht Gemeinsam und entwickeln Sie im Team Ihre Vision für eine nachhaltige Zukunft. Recherchieren Sie gemeinsam, schreiben Sie ein Zukunftsszenario und präsentieren Sie Ihre Ideen als Video vor einer Expertenjury aus Wissenschaft und Journalismus. Das Gewinnerteam reist nach Deutschland und nimmt an einer Veranstaltung zum Klimaschutz teil. Klicken Sie sich ein und machen Sie mit!